Das neue Elektroauto von BMW unterscheidet sich äusserlich von seiner Konkurrenz. Besonders die fehlende Kühleröffnung an der Front, die schmalen 19 Zoll Räder und die markanten Seitenlinien fallen auf. Auch im Innenraum verleiht der i3 ein spezielles Ambiente. Das helle Leder und die geschwungene Holzablage gefallen. Etwas gewöhnungsbedürftig hingegen ist das verbaute Fasermaterial im Grauton. Anstelle eines normalen Tachos gibt es ein Infodisplay und in der Mittelkonsole einen weiteren Bildschirm. Die bereits aus den anderen BMW-Modellen bekannte Steuerung für Multimedia-Funktionen ist bedienerfreundlich und ermöglicht bei stehendem Fahrzeug im Internet zu navigieren. Das Raumgefühl auf den vorderen Plätzen ist wie in einem Minivan. Etwas umständlich ist der Zugang zu den beiden hinteren Plätzen. Die Vordertüre muss geöffnet werden, um überhaupt auf die Rückbank zu gelangen. Das Kofferraumvolumen ist mit 260 Litern sehr bescheiden. Mit umgeklappten Rücksitzen entsteht eine ebene Ladefläche und das Ladevolumen ist erheblich grösser. Beim Fahren in der Stadt ist der kleine Wendekreis von weniger als 10 Metern praktisch. Auch die Fahrleistungen sind beeindruckend. Der Drehstrom-Synchronmotor liefert 170 PS und beschleunigt den 1475 kg schweren i3 in nur gerade 7,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer. Das Getriebe verfügt über einen Vorwärtsgang und einen Rückwärtsgang ohne Kupplung. Dies sind die Vorteile des Elektromotors. Die elektrische Reichweite lag im Test bei gut 130 km. Der verbaute Range Extender bringt noch einmal 160 km. Die Fahrt im BMW i3 ist komfortabel, obwohl die Fahrwerkabstimmung eher straff ist. Auf Überlandstrassen kann der agile Hecktriebler mit der direkten Lenkung punkten. Das Geräuschniveau ist auch bei hohen Geschwindigkeiten angenehm tief. Die Sitze sind bequem, bieten jedoch nur wenig Seitenhalt. Ist der Fuss weg vom Gas, setzt automatisch das Energierückgewinnungssystem ein, das eine starke Bremswirkung zur Folge hat. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Fazit Der BMW i3 überzeugt durch sehr gute Fahrleistungen mit niedrigen Verbrauchskosten, einer alltagstauglichen elektrischen Reichweite dank Range Extender und einem guten Komfortniveau. Negativ Gewöhnungsbedürftig ist der fehlende Leerlauf und die hohe Bremswirkung, der erschwerte Einstieg hinten, sowie die Preispolitik für Zubehör.